Assalamu alaikum muchachos! Peace und eure Nüsse seien gekraut! Dafür dass wir einschalten zu Rainbow SexyH rankt hier bei den Usos, wir zockern auf Kaffee Dostoevsky zusammen mit Nugget und MG Alihollo! Ok, wo dürfen wir als erstes? Oben Bar oder was? Dann nehm ich Lieschen. Jupp, Cocktailbar, ich nehm Kapkan. Cocktail? Cocktail? Gibt es heute Cocktails? Cocktailwürstchen. Cock, Cock, Cock. Hashtag Cocktailwürstchen. Ja, ich bleib bei Lieschen. Cocktailwürstchen. Hat man übrigens drei Synonyme für Penis drin. Sehr schön, wenn es bei mir auch so wäre. Ich hab ne Decke hier. Was? Bies. Ja. Für Decke wäre es auf jeden Fall zu warm. Nein. Immer kurze Hose, T-Shirt. Kotz. Kurze Hose, T-Shirt. Easy. Das ist geil. Leute, noch 10 Sekunden, ich hab noch keine Kapkan-Trap hier drin gelegt. Oh Gott. Alter, weil ich mal doch. Sprint nugget. Sprint. Ähm. Popadapada. 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 Ja, das ist besser. In einem unbekannten Genanzen. Dumm. 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 Kommt da schon jemand? Ne, der twitscht dran rüber. Ei. Und diese Biene, die ich meine nämlich mag. Ja. Kleine dicke Biene mag. Ja. 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 Okay. Musik-Unterricht für heute haben wir auch schon abgeschlossen. Ach, wir singen auch immer ein bisschen. Hm. Wunderschön natürlich. Muss ja. Wunderschön. Mach doch gute Raune hier. Hier läuft gerade wer. Der hat unser Bandit an dem äh besonderen Spot da eingeholt. Schön. Nein. Das war kein Problem. Ich höre ein Schild. LOL. Der Drop ist ja schon offen bei Red Stairs. Oh oh. Oh no. Ich kann gucken, ob ich von unten kommen kann. Wow. Das Fenster. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Oh. Okay. Ja. Digi, wo bleiben die denn? Ich will auch mal irgendwie einen Seen hier, Alter. noch通est. LOL. Ey undnnackel-Clau mit den Kill oder was? Hä, ne. Ich hab' den vollkommen eliminiert. Hä, der Olli hier der hier runtergesprungen ist? Den hab' ich vollkommen eliminiert. Ey, ich hab' den schon beim Runterspringen auf den Geschossen, Alter. Jetzt ist leicht angehitted. Ich hab' volle Pumpschein dafür bekommen. Tut mir leid, sorry. Du bist aufgeflogen. Oh oh. Oh. Nice. Digger. Zumindest bekomme ich noch einen Kill, Alter. Juhu. Guck mal, er knoppt mein Kill. Ja, das war wahrscheinlich genauso dein Kill, wie mein Kill dein Kill war, Alter. Nee, ey, komm, da sind meine zwei Capcom Traps reingerannt, ne? Muss man schon sagen. Ja, der Typ von oben ist in meine zwei Lesion Jabs reingejumpt, Alter. Plus, während er runtergefallen ist, habe ich auf ihn geschossen. Aber ich habe trotzdem 100 Punkte dafür bekommen. Ja, ich habe auch 105 Punkte bekommen dafür. Siehst du, 105 Punkte sogar. Ich nehme Jekyll zum Arobenroam. Ich spule gleich nochmal zurück und dann gucke ich nochmal genau nach. Interessiert sowieso keinen Arsch mehr jetzt. Runde Nummer 2. Ich will mich jetzt steigern. Ich habe letzte Runde einen Kill gemacht, diese Runde nämlich zwei Kills haben. Achtung. Wenn wir ihn dann löen, das möchte ich machen. Hm. Dann verteile ich AKOs. Warte mal. Ich glaube, das riecht ja stark nach einem Team Kill. Ähm. Wo spawnen wir? Spawne Fluss-Docs. Oh. 5 von Weihnachten. Ich hätte meine Drohne auch eigentlich schlauerweise unten noch nicht drin lassen können. Ja. Wird ich unabhängig, dass ich hier hochfahre. Einsatz in 5 Sekunden. Dann haben wir noch Mira. Ah. Unsere Twitch-Drohne kann möglicherweise relativ schnell eine Mira Fenster ausstellen. Beziehungsweise öffnen. Fenster zu. Fenster zu. Da oben wird gerade auch keiner raus. Hier sieht es hier unten aus. Zu. Zu. Okay. Mach jemand den Drop aus? Okay. To the right side is clear. Ich kann das nicht. Tut mir leid. Oh. The left side is clear too. Ähm. Game. It's clear. You can come in. So. White stairs nach oben. Somit auch noch clear. Seh ich hier irgendwo was? Nein. Haben hier gerade wer auf den Stairs. Du hast ein Schild und da lag einer die ganze Zeit dahinter. Bäh. So. Ist in mir, Rafa. Ich will jetzt ungern eine Hibana-Ladung bloß für den Dropper opfern. Mhm. Ah. Someone of you want the Diffuser? Leute. Guck mal hier empty. Hier. Hi. So. Dann versuche ich immer nach oben zu roamen. Hast du Sprengladungen? Alter. Ich? Mein Dickon. Ähm. Ich hab auch nichts. Wait a minute. Sprengladungen. Ich weiß, dass er Smokes hat. Aber irgendwie müssen wir. Ja. Gut dann. Fuck. Das war nicht so schlau von ihm. Fuck. Die ganze Nacht ist hier oben geblieben. Oh. Hier scheint übrigens auch irgendwo eine Camp zu sein. Weil das Fenster ist offen. Wait. I'm drowning right. Oh. Das war schön. Da ist ne Weg. Hier liegt einer. Die Womble wurde lokalisiert. Ach so. Und. Er saß nicht. Wie geht er nicht mehr? Kann man hier so runter? Okay. Ich hab noch einen Kill geholt. Weil zwei Kill sind übrigens Challenge vollfüllt hier. Ich glaube rechts ist einer. Oh. 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 Loll. Drei Kill zu mein Gesicht, Digi. Blalalalala. Lalalala. Lala. Lala. Ich muss sagen. Ich hab hier mit dem beiden. Wenn es echt gut ist. Das müssen wir uns mit dem Slash zusammen. Echt schön zusammengespielt. Und Weg nach oben freigeräumt. schön taktisch alles, immer schön mit Drone. Sexti, das war eine schöne Runde. Dafür, dass ich letzte Runde so für nichts gesehen habe, war das doch ganz gut. So, diesmal gehen wir, oder wollen wir jetzt Küchenvorbereitung wegficken? Ich mag Küchenvorbereitung nicht. Ich auch nicht, aber die Gegner auch nicht. Okay, dann gehen wir Küche. Let's try Kitchen. Also unser Team passt auf jeden Fall ganz gut. Nicht verstärken hier, würde ich sagen. Schieß hier unten die Reihe mit deiner Pumpgun auf. Dann kannst du sie wegficken, wenn sie planten wollen. So. Can you open the bottom of the wall with your Pumpgun? Only the lower part. Ja, right, right. Okay, dann könnte da noch ein Mutation hole rein. Nuggled? Ich hab nichts zu dir. Achso. Ich hab... Ja. Ich glaube die Ecke dafür ganz gut passen. Oh, sehr geil. Kannst du im Hocken haben. Nuggeln! Ähm, Mira? Mira, könntest du das Hohle öffnen? Just a little bit at the top, so I can walk through the hole. Yep, thank you. Okay, care. There are already the windows. Wow, die kommen auch von hinten, Leute. Von hinten? Ja. Hier jetzt auch. Was? Von hinten? Vom Eis? Gefrierschrank. Nuggled, willst du oben an den Fenster gehen? Hier auf der Westseite? Oh oh. Im Bahnmuseum und so? Erstmal da anreffen, natürlich. Oh oh. Leute, das wird haarig. Ich achte mal gerade hier. Ich stehe hier schön safe und achte noch zu blenden. Oh, jetzt hab ich sie. Brauchst du Hilfe irgendwo, Nugget? Noch nicht. Kommen wir gleich mal nach vorne zu euch. Ja, hier. Oh, oh oh. Gefrierschrank. In der Fridge. Ich würde ja gerne helfen kommen, aber ich stehe hier gerade so irgendwie. Someone rappelt, rappelt top. They are going in in Museum. Fridge, Fridge, Fridge. Fridge, Fridge. Ja, Fridge. Jetzt, wenn man in Gefrierschrank kommt. Oh shit. Er kam doch schneller als gedacht. Nur du und ich. Fridge. Ich komme von hinten durch den Fridge. Versuchst du mal das? Wir verklaßen. Ein Kämpfer des Trupps verbleibt. Nein. Ist doch nichts. Leute, war noch mal. Oh. Ja, leider. Das ganze Team ist halt gestorben, ne? Ja. Das war... Scheiße. Wieso reinforceable? Keine Ahnung. Ist auch egal. Jedenfalls verloren. Oh ja. Hätten wir vielleicht doch Bahnmuseum picken sollen. Ich dachte, wir kriegen das auch irgendwie verteidigt. Aber sind alle hinten reingegangen und... Nicht? Ich weiß... Nugget hat doch so gesagt, die kommen durch den Fridge, oder? Ja, ich hab gesagt, die kommen hinten, kommen sie rein. Da ist einer schon hochgelaufen. Ähm, ich... Pick Fuse. Ich hoffe, sie gehen in Bahnmuseum. Können sie... Ah nein, sie haben ja oben auch verloren, ne? Sie könnten auch wieder nach oben gehen. Oh. Da wäre Fuse ziemlich scheiße. Okay. 2 zu 1. Puh. Haben uns die Gegner doch eine Bitchslap verpasst. Wollten uns zeigen, dass sie das hier nicht, äh, so easy weggeben. Äh, also kutschen sie schon mal durch. Wo sie jetzt sind, ja? Corona hat eine Bombe. Aber sie sind Bahn. Bahnmuseum. Wow. Ah, Bahnmuseum ist gut. Das hab ich mir gewünscht. Ist heute denn schon wieder Weihnachten? Sehr schön. Haha, Deko der Weihnachtsmann. Ja, ne, ich bin der Beschenkte. Ich hab mir Bahnmuseum gewünscht und Bahnmuseum ist gekommen. Der beglückte. Ich muss eins auch sagen, natürlich. So, äh, Weihnachtsmarkt spawnen sind wir. Ich hab oben in der Zigarrenlounge eine Drohne. Die Bahner haben wir auch am Start. Emchi, bist du wieder hier? Ja. Ja, gut. Okay. Lol. Sehr schön, wo wollte der Haus bitchen? Hier. Ja? Achso, da. Äh, war das hinten weit oder was? Ähm, ja. Das war aber aus Esszimmer. Ah, ah. Achtung, Joppy geht auf. Sigarrenlounge ist clear. Ich hab ne Drohne. Ich hab ne Drohne. Ich check. Super. Direction White. Hab ich sie? White is clear, too. Sigarrenlounge ist komplett clear. Wer ist da? War aber nicht clear, aber ich check. Ich glaube, Wartech soll hier... Ja, ja, ja. Soll ich aufmachen? Okay, nice. Da haben wir schon den Geräusch. Oh. Okay. Stairs. Yes? Ja, Bennett kommt hinten. Ja. Okay. Könnte auch über Bar kommen, vielleicht. Passt ihr auf der anderen Seite auf? Ich bin hier bei den Blue Stars. Oder White Stars. Okay. Wie man es halt sieht. Ist wahrscheinlich wieder runter gegangen. Ja. Da ist niemand mehr. Wird der schon tot? Ich hab hier doch noch irgendwo ne Drohne. Ja. Da in der Ecke steht einer. Wow. Du hast das down? Auf der Mark war eine. What? Achso, das bist du. Das bin ich. Einer ist drüben bei A, ja. Ist sie gerade wieder rüber gekommen? Hat vielleicht noch jemanden in der Drohne? Jo. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Wohl. Eigentlich brauchen wir die ja nicht. Ja, nur noch der Bandit. Er wurde erneut geliefert. Könnte von oben kommen auch. Ich checke oben. Wer plantet? Bin ich der? Ne. Ich hab keine Füße. Okay, er ist coming to me. Geplant, ja. Hab ihn! Schöne Runde. Jetzt ist das auch wieder schön geklappt. Alles zusammengeblieben. Schön durchgepusht. Schön alles aufgeräumt nacheinander. Jeden Raum gecleared. Sexy Arbeit! Good job, guys. Okay, Muchachos. Jetzt haben wir Matchball verteidigen und wir haben auch Bahnmuseum, das wir defen können. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Ich werde Doc nehmen. Mit MP5. Kann ich wieder mitnehmen oder? Puh! Der ist in Asien unterwegs. Auf Asien-Meiße. Im Urlaub. Yay! Urlaub! Für Mawossa! Muchachos! So, meine Cam ist angebracht. Macht jemand drüber? Bitte was? Geht jemand drüber oder soll ich drüber? Ja, ja, ich mach den. Gut. Standort der Bombe in Gefahr. Nein. Nein. Hab ich. Da wird schon zugemacht. Dann gehst du. Bei deiner Mutter. Lol. Ja, der ist bei deiner Mutter. Oder ist Marvin schon in deiner Mutter? Dann weiß er es nicht. Wohohoho. Ich hab nichts gesagt. Noch nach 5 Sekunden. Ja. Deswegen am Ende auch so, bisher mit der Stimme auch so hochgegangen. Jaja, genau. Wollen wir nur klar stellen. Jappappappapp. Der Bitspot hat wieder funktioniert. Die Banner ist down und sind nur zugedreht. Easy. Sieht schon mal nach einer erfolgreichen ersten Runde aus. Wobei ich hier noch nicht zu sicher sein will hier. Immer noch durch, durch tryharden. Kurz campen, wo sie sind. Auf der Ostseite draußen schießt glaube ich noch was. Haben wir noch irgendwelche Außencamps? Ne haben wir nicht mehr. Das hier ist auch finde ich eine richtig geile. Seht ihr meine Steadycam? Im Bergballraum. Von der man noch Richtung Red guckt. Die finde ich so geil. Ja. Jekyll da. Die ist cool. Ja, die ist cool. Jekyll da. Da hast du ja voll den Überblick. Ja, ja. Ich glaube ich hör was oben am Job. Kann das sein? Skylight. Von hier aus immer schön. Die Leute oben am Job weg. Von daher. Von hier aus immer schön. Die Leute oben am Job weg. Von daher. Hör ich irgendwas? Ja oben ist auf jeden Fall was. Der wird nie im Leben damit rechnen, dass ich ihn von hier unten wegficke. Wo kam das her? Ah, jumpt er jetzt? Äh. Lass ihn da runterspringen da. Okay, aber er wird gierig. Er wird auch noch scheiße. Er hat den bekommen. C4 vorbereitet. Okay, er ist oben. Lion ist oben. Ah, das finde ich nicht gut. Ich chill ja immer komplett hier. Ja. Ich geh da mal nach oben. Hab ich so ein bisschen Problem, wenn die da random durchsprayen. Weil sie ihn einfach sehen. Aber die kommen gar nicht von draußen, ne? Also von vor dem Fenster. Nice. Letzter verbleibender Gegner. Nein, nein! Wo? Nein! Nein! Ich wollte doch auch noch einen Killer haben, Alter! Ah! Loll! 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 Ich will jetzt auch sterben können, dass ich sogar zu viel kommen können. Muchachos eine super Runde und Elite-Dogskin. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, da die Pfeife raufen. Bei ihm läuft, Alter. Und der Schnurrbart ist On Point! Okay, geht es jetzt zum Elite-Skin und zum MVP-Platz. Noch ein Alpha-Pack. Nein, leider nein. 8,5%. Und bei MG? Ach nee, MG hat es, glaube ich, auch so. Nein. Ja, auch nicht. Immer noch nicht. Muchachos, wenn es euch gefallen hat. 50% schon bei MG. Alter Schwede. Wenn es euch gefallen hat, Muchachos, Daumen nach oben. Schaut auch in die Beschreibung, da findet ihr den Link zu Nugget. Abo oder erst den Block aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.